Mit Warp Faktor 20 rast ein Schlitten durch die Nacht. Acht Birds of Prey ziehen die kostbare Fracht. Und manchmal ein Neunter, der die Route frei macht. Okay. Und damit hallo und willkommen zurück bei meinem Unboxing vom Kalender. Heute ist der 14. Und das heißt, wir haben nur noch 10 Tage bis Weihnachten. Also kauft alle Geschenke, nicht so wie ich, die heute anfängt mit den Geschenken zu kaufen, Konzertkarten und so. Und ja. Pudu. Sieht man super schlecht. Klasse. So. Fangen wir auch gleich mit der 14 an. So. Ich versuche zu drehen, also. Ta 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 ta. Was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Kugelschreiber von Batman vs. Superman. Come on. Please. Do it. Hihi. Kamera, mir fällt der Arm ab. Zip. Das gibt es doch nicht mit dieser Kamera, also. Oh, Kabel. Das XXL-Kabel von meinen neuen Kopfhörern. So. Oh, meine Frisse. Diese Scheiß-Kamera. Und jetzt ist mein Kabel so lang. Von diesen Kack-Kopfhörern. Nein, die sind nicht kacke, die sind super toll. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte den Kugelschreiber schon zwar einmal drinnen. Schon einmal drinnen. Aber der ist total geil. Aber ich gucke es nicht mehr auf. Und letztes Mal ging es einfacher. Come on. Nochmal zu. Das war laut. Offen. So, dann machen wir den auf und und fliegen erstmal kleine Zettel raus. Und hier ist er noch einmal. So, bitte fall nicht raus. Kannst du dich scharf stellen. Das ist der Kugelschreiber und das sind hier oben die kleinen drei Dinger. Das sind Batterien. Denn es ist nicht nur ein Kugelschreiber. Es ist unter anderem auch so ein Stift. Und das hier unten für ein Handy, fürs Touch. Und ich will jetzt nicht in die Kamera leuchten, oder? Vorsicht, Augen. Ein PowerPoint. Ding. Und eine Lampe. Gut. Genug geleuchtet. Ich habe eine PowerPoint ja sogar. Ui. Ui. Ich habe ja zwar leider keine Katze. Aber den hatte ich auch schon mit in der Schule. Und ich sitze super gut am Fenster. Und ich so. Leider hat man das nicht mehr gesehen. Aber ich finde ihn total cool. Und er ist auch in einem so süßen kleinen Etui geliefert worden. Und leider ist das schon alle. Weil ich habe den super gern benutzt. Aber den hier werde ich nicht benutzen. Der bleibt hier. Und macht extrem lauten Lärm. Gut, du kleines Ding. Wie teuer bist du? Hm. Schreibwaren. Du bist gar nicht so teuer, wie ich dachte. Und du kostest... Kostet... Kostest... Nur 7,95 Euro. 4,95 Euro. Hm. Multi Pen. 4,90 Euro. Und ich habe aufgestoßen. Tut mir leid. Oh, das wollte ich jetzt nicht markieren, aber hey, sonst bin ich ja dabei. So. 4M1, die sehr cool ist, gerne. Als Laserpointer, Taschenlampe, Touchpens für dein Tablet oder Smartphone und als Kugelschreiber. Bist billiger als gedacht. Echt? Ich dachte, der wäre teurer, aber ist nicht schlimm, ich mag ihn trotzdem. Du kommst hier hin. Und das war's. Mit dem werde ich nie was schreiben. Niemand. Ach, diese dumme Kabel. Weg. Wartet mal. Okay. Ich werde mich einfach schon mal im Vorfeld verabschieden und dann einfach nur noch winken. Wir sehen uns morgen beim 15. Und dann haben wir es auch fast geschafft bis Weihnachten. Dann dauert es nicht mehr lange. Okay. 14. Da oben. In der Sonne. Nein, Schoki. Heute fällt mir alles runter. Jetzt ist hier ein kleiner Weihnachtsbaum. Ein Schoki-Weihnachtsbaum. Gut. Dann bis morgen. Tschüssi. 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 Tschüssi.